Jetzt reden wir ein wenig über die Grundsätze, wie sie sich in der Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere im Artikel 5, aber auch im Artikel 6 zeigen. Aber bevor ich das tue, muss ich leider noch mal ausholen. Ich muss nämlich ganz kurz darüber reden, wen denn das eigentlich betrifft. Und da gibt es jetzt zwei ganz wichtige Botschaften. Die erste lautet, es betrifft immer den Verantwortlichen, also der, der am Ende darüber entscheidet, welche Daten, warum, wie, wofür verarbeitet werden. Das ist der Verantwortliche, der ist der Zuständige. Und der ist der, der primär eben verantwortlich ist, also für die Einhaltung der Regeln zu haften hat. Und zweitens, innerhalb des Verantwortlichen ist es immer der Leiter, die Leiterin der jeweiligen Stelle. Es ist nicht der Datenschutzbeauftragte. Der Datenschutzbeauftragte hat ganz, ganz viele Funktionen, die sehr wichtig sind, aber er ist nicht der, der am Ende letztverantwortlich ist. Letztverantwortlich ist immer der Leiter des Verantwortlichen, der verantwortlichen Stelle. Deswegen ist die wichtigste Botschaft hier, wenn Sie Leiter oder Leiterin sind, sind Sie der oder die, der oder die unmittelbar am Ende gerade stehen muss. Und Sie können diese Verantwortung nicht delegieren. Sie können diese Verantwortung insbesondere auch nicht an jemanden delegieren, der für Sie sozusagen die Drecksarbeit macht, also den Datenschutzbeauftragten. Sie können es aber auch nicht delegieren an einen externen Dienstleister. Wenn Sie nämlich einen Dienstleister wie Google – apropos Bullshit in der Cloud – oder jemand wie Amazon Web Services oder Dropbox oder wer immer Ihnen hier so einfällt – als möglicher Dienstleister für Datenverarbeitungen, wenn Sie sich eines solchen bedienen, dann ist das typischerweise ein sogenannter Auftragsverarbeiter. Das heißt, er macht die Dinge im Auftrag des Verantwortlichen und das delegiert eben nicht die Verantwortung vom Verantwortlichen. Im Gegenteil, wenn Sie einen solchen Auftragsverarbeiter einsetzen, dann müssen Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung wegen Artikel 28 eine Menge Dinge beachten, nämlich nicht nur, dass die Primärverantwortung bei Ihnen liegt, sondern auch beachten, dass Sie einen entsprechenden Auftrags-Datenverarbeitungsvertrag abschließen, in dem dann recht ausführlich zu beschreiben ist, wie der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen darin zu unterstützen hat und wie der Verantwortliche garantieren kann, dass trotz Bedienung durch einen Auftragsverarbeiter die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung eingehalten sind. In diesem Vertrag müssen also dann solche Dinge zum Beispiel geregelt werden, wie die Sicherstellung der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten. Es müssen Dinge hier drinnen stehen zur Sicherheit der Verarbeitung und noch einiges mehr. Details dazu im Artikel 28. Sie können, wie gesagt, diese Verantwortung als verantwortliche Stelle nicht an den Auftragsverarbeiter delegieren. Im Gegenteil, Sie müssen mehr tun. Und wenn Sie jetzt denken, okay, ich versuche irgendwie die Verarbeitung von personenbezogenen Daten insgesamt zu vermeiden, dann kann ich nur wiederholen, was ich an der Stelle schon mal gesagt habe. Die Verarbeitung ist denkbar weit zu verstehen. Im Grunde genommen ist alles, was man mit personenbezogenen Daten tut, etwas, was eine Verarbeitung darstellen kann. Wenn Sie also über diese Verarbeitung entscheiden, wenn Sie der sind, der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung sind, dann sind Sie auch der, der dafür gerade stehen muss, dass die Ziele und die Grundsätze insbesondere des Artikel 5 eingehalten werden. Und wenn Sie bis jetzt zugehört haben, dann werden Sie diese Grundsätze, wie sie in Artikel 5 stehen, nicht so sehr verwundern, denn ganz viel von dem, was Sie hier sehen, haben Sie schon in der primärrechtlichen Ausführung, also insbesondere im Artikel 8 EU-Grundrechtekarte gelesen. Also in den Grundsätzen steht zum Beispiel drinnen, dass die Daten nach Treu und Glauben verarbeitet werden müssen. Es steht drinnen, dass die Verarbeitung für den Betroffenen transparent sein muss. Es steht drinnen, dass Sie die entsprechenden Richtigkeitsgewährleistungsgarantien erfüllen müssen und so weiter. Zwei bis drei Dinge, die aber vielleicht jetzt zusätzlich noch erwähnenswert sind. Zunächst mal ist festzustellen, dass in diesen Grundsätzen des Artikel 5 auch jetzt ausdrücklich enthalten ist, dass Informationssicherheit ein Grundsatz ist, den der Verantwortliche sicherstellen muss. Also Datenschutz ohne Informationssicherheit geht nicht, ging schon bisher nicht, aber jetzt geht es schon ganz ausdrücklich nicht. Es steht einiges auch noch in weiterer Folge drinnen, was man vielleicht auch nochmal wiederholen muss in Richtung Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Also der beste Datenschutz ist, erst gar keine personenbezogenen Daten zu erheben. Und es steht einiges von den Grundsätzen nicht im Artikel 5. Da muss man noch ein bisschen mehr rundherum lesen, zum Beispiel den Artikel 6 mit dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, den ich schon erwähnt habe. Und ganz wichtig und jetzt neu, eine Unterscheidung, die man in dieser Form zwar in Österreich schon lange getroffen hat, aber in Deutschland lange Jahre nicht getroffen hatte. In den 80er Jahren war das absichtlich noch bewusst abgelehnt worden vom Bundesverfassungsgericht. Nämlich eine Unterscheidung zwischen sensiblen und nicht sensiblen personenbezogenen Daten, die man auch schon bei den Grundsätzen mitbedenken sollte. Also Sie sollten sich, wenn Sie verantwortlicher sind, nicht nur überlegen, verarbeite ich Daten? Und verarbeite ich personenbezogene Daten? Und verarbeite ich personenbezogene Daten über eine natürliche Person? Sondern Sie sollten sich auch ganz am Anfang schon mal überlegen, welche Art von personenbezogenen Daten Sie verarbeiten. Und immer dann, wenn sogenannte sensible Daten mit ins Spiel kommen, dann wird die Geschichte nochmal etwas heikler. Was sind sensible Daten? Sensible Daten, ganz kurz gesprochen, sind Daten, die mit der Persönlichkeit des Betroffenen besonders intensiv verwoben sind. Also dazu gehören beispielsweise Gesundheitsdaten. Es gehören dazu Daten über die politische Überzeugung. Es gehören dazu Daten über die sexuelle Orientierung. Es gehören dazu aber auch so Dinge wie Mitgliedschaft in einer politischen Vereinigung und ähnliche Dinge. Also immer dann, wenn die Persönlichkeit besonders ins Spiel kommt, reden wir von sensiblen Daten. Und was auch noch ein ganz wichtiger Grundsatz ist, den man vielleicht am Beginn schon gleich mitdenken soll, gerade im öffentlichen Bereich, wo wir sehr häufig mit Massenverfahren zu tun haben. Es gibt ein explizites Verbot, das ist nicht neu, das gab es schon bisher, aber es wird vielleicht zunehmend wichtiger in Zeiten von Big Data und Internet of Things und autonomen Systemen. Es gibt ein klares Verbot, dass Entscheidungen zulasten des Betroffenen ausschließlich automatisiert getroffen werden, also ohne menschliche Kontrolle, dass sozusagen der Computer selbst die Entscheidung trifft. Auch das ist etwas, was man bei den Grundsätzen schon mit bedenken sollte. Neu, neben all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist dann letztlich auch noch etwas, was mit den bisher konstatierten Durchsetzungsdefiziten zu tun hat. Wir haben jetzt einen explizit formulierten Grundsatz der Accountability, wie man das neudeutsch nennt, Artikel 5 Absatz 2. Der sagt nämlich, dass der Verantwortliche nicht nur für die Einhaltung verantwortlich ist, das ist ja sozusagen redundant, sondern dass er diese Einhaltung der Regeln auch nachweisen muss. Sie müssen also, daraus ergibt sich dieser jetzt immer stärker auftretende Dokumentationsaufwand, Sie müssen nicht nur Gutes tun, sondern Sie müssen auch zeigen, dass Sie Gutes tun, Sie müssen zeigen können, insbesondere auf Nachfrage entweder eines Betroffenen oder wahrscheinlich praktisch dann später noch wichtiger der Aufsichtsbehörde, dass Sie diese Regeln alle eingehalten haben. Grundsatz der Accountability. Ein Grundsatz, der eben nicht im Artikel 5 steht und den ich schon erwähnt habe, ist das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Sie erinnern sich, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt, gilt im allgemeinen Leben, im Datenschutzrecht gilt das Umgekehrte. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Wenn es sich um nicht sensible Daten handelt, dann gibt es bei den allgemeinen, privaten Sachverhalten, allerdings eine sehr weite Öffnungsklausel, die steht im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F. Das ist eine allgemeine Aussage, dass eine Verarbeitung grundsätzlich trotzdem zulässig sein kann, wenn, und dann kommt im Wesentlichen eine Interessensabwägung. Das Typische am Datenschutzrecht ist, dass noch mehr als bei sonstigen juristischen Sachverhalten die richtige Antwort fast immer lautet, es kommt darauf an. Das gilt also auch hier, wenn Sie also ein privater Verantwortlicher sind und Sie überlegen sich, darf ich jetzt eigentlich Daten verarbeiten, dann landen Sie relativ schnell bei Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F und müssen dann eine einzelfallbezogene Interessensabwägung vornehmen. Das gilt aber, wichtige Botschaft, nicht wenn die Verarbeitung durch Behörden in Wahrnehmung ihrer Aufgaben durchgeführt wird. Dort gibt es diese relativ weiche Klausel nicht mehr, deswegen ist im öffentlichen Bereich in aller Regel nicht danach zu fragen, wie laufen die Interessen, sondern in aller Regel danach zu fragen, ist das Verarbeiten der Daten vom Aufgabenbereich der jeweiligen Behörde gedeckt, gibt es dafür eine entsprechende Rechtsgrundlage und ist die Verarbeitung dieser Daten für die Wahrnehmung dieser beschriebenen Aufgaben erforderlich. Das ist also etwas, was enger ist insoweit als nur das Verhältnismäßigkeitsprinzip, wie es in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F vorkommt. Und noch ein wichtiger einschränkender Sachverhalt, jetzt hier ganz gleich, auch an dieser Stelle wird wichtig, ob es sich um sensible oder nicht sensible Daten handelt. Wenn Sie also privat wären, Privatverantwortlicher wären und Sie würden sich darauf beziehen wollen, dann wird da die Sache auch relativ schnell eng, weil bei sensiblen Daten diese Interessensabwägung so nicht zu treffen ist. Deswegen gilt so in aller Regel, dass die Verarbeitung statt auf diese Abwägung nach den Interessen stattdessen auf eine andere Rechtsgrundlage zu fußen hat, bei nicht sensiblen Daten. Und da stehen jetzt ein paar zur Verfügung, die in Artikel 6 formuliert sind. Der wichtigste für öffentliche Stellen ist, wie schon gesagt, das ist für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendig und die Daten sind dafür erforderlich. Der wichtigste im privaten Bereich, eigentlich gibt es da zwei, die sehr wichtig sind, die stehen fast gleich, glaube ich. Einerseits ist das die Einwilligung des Betroffenen und andererseits ist das, dass die Verarbeitung notwendig ist für die Wahrnehmung von Aufgaben. Letztlich also für öffentliche Stellen läuft das hinaus darauf, dass man eine entsprechende gesetzliche Grundlage braucht und dass für im Rahmen dieser gesetzlichen Grundlage die Verarbeitung erforderlich ist. Bei sensiblen Daten, nochmal, ist die Anforderung noch strenger. Dort gilt eben die Regel, die Verarbeitung ist generell untersagt, es sei denn eine der abschließenden Ausnahmen greift. Da sind dann schon die Anforderungen an die Einwilligung höher als üblich. Und im Bereich auf die öffentlichen Stellen ist allerdings auch hier zu sagen, wenn das gesetzlich vorgesehen ist und wenn die Daten verarbeitet werden müssen, um die Aufwägung Aufgaben wahrzunehmen, dann dürfen auch sensible Daten verarbeitet werden. Wenn es also zu den Aufgaben Ihrer Behörde gehört, Gesundheitsdaten zu erheben und zu verarbeiten, dann dürfen Sie das unabhängig davon selbstverständlich, ob der Betroffene eingewilligt hat oder nicht, wenn und soweit das eine Aufgabe ist, die zu Ihrer Behörde gehört und wenn und soweit die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlich ist. Ein bisschen näher beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel trotzdem noch mit der Einwilligung und mit einigen weiteren Grundsätzen, die am Beginn der Datenschutzgrundverordnung stehen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.